heute checken wir mal diesen trackbuilder hier fangen wir mal mit dem garten an hier holen wir mal eine kleine strecke und schauen mal was es kann mal ein schlöckchen hier trinken inzwischen ist jetzt auch mein fenster auf ich hoffe das hört man nicht mal da nicht so doll aber es enthält 30 grad irgendwie draußen deswegen muss hier etwas gelüftet werden hier geht sie jetzt raus in den garten und wir bauen uns eine hotwheels rennstrecke ok achso sehr cool der octopus hier auch sagen wir nehmen ihn einfach mal direkt ja gerade ist kommen kann man den hier hinstellen hier ist auch ein tisch wie kommen wir denn hier runter warum gibt es hier keine musik okay ja ja so Ja, okay, das ist doch schon mal gut. Geht das noch weiter? Oh, ist da hier schon nichts mehr? Wo sind wir? So, okay. Jetzt irgendwie hoch. Okay. Okay. Okay, das ist ganz cool hier. Was anderes. Was haben wir hier? So ein Checkpoint können wir hier mal aufstellen. Können wir hier auch hoch. Hoch. Okay, das ist cool. Auf die Terrasse hier. Kamera. Kamera. Okay. Okay. Dann geht's hier rum. Und hoch. Und hoch. Oh, hier ist sogar ein Fenster offen. Können wir da auch rein? Das wäre schon cool. Abflachen. Runter. Und so. Ja, ich bin hier echt rein, oder? Das ist witzig. Okay. Bisschen doof, dass hier jetzt keine Musik ist. Alles ist wohl ziemlich ruhig jetzt, aber für mich ist das noch okay hier. Oh. 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 Zaaah. Unter den Lampen hier durch. Hier machen wir wieder so ein Checkpoint. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Und was passt hier noch? Kann man durchgucken, was hier alles noch so geht, ne? Rampe. Was geht denn hier ab? Ich kann hier nochmal so einen Kreisel durchs Wohnzimmer machen. Mit Lüftern. Kriegen wir hier einen Kreisel durch? Ja, müsste doch machbar sein. Ah, hier sind die coolen Sachen, ne? Panonschuss. Ah, hier sind die coolen Sachen. Was ist denn das alles? Gaga-Kran. Okay. Aber ich muss hier erstmal kurz rausbauen. So. So. Mal ein Checkpoint hier. Und dann geht es in die Garage. Ah, ich sehe das da. Frage mich, ob hier das ganze Haus noch ist. Ne, da ist zu. Okay. Garage. Jetzt können wir, glaube ich, mal so eine Rampe hier bauen. So. 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 Dann, glaube ich, das hier. ein unsichtbares. Obwohl. Ne. Wie komme ich denn zurück hier? Egal, ich mach das erstmal. So. Ne, man muss ja noch landen können. Okay. Dann kann man vielleicht hier mal was von den Dingern einbauen. was passt denn hier gut hin? Okay. Dann, ne, ich mach einfach ihn hier. simpel. Ähm. Dann kann man ja auch nach draußen hier das manövrieren. Okay. Dann sind wir wieder draußen. Dann machen wir hier nochmal was zum rauskommen. drachen oder so. Irgendwas. Irgendwas. so. Ähm. So, noch ein bisschen Zeug hier. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Ah, da hinten ist das Ziel. Kann ich ja vielleicht hier nochmal. Kann ich ja vielleicht hier nochmal. die Strecke abschließen. Ähm. Okay. Wie mach ich die Strecke fertig? Einfach da hinten hin, oder? Ja. Hier hinten nochmal ein Checkpoint. Und. 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 schon. Ja. Ja, das urban. Was mache ich denn jetzt? Okay, und dann wieder zurück. Alles klar, dann haben wir Streckenüberprüfung. Ah, hier sind noch diese Boosts. Oh, kann ich hier nicht schneller voran. Okay, ich wollte auch noch irgendwas schauen hier. Ah, kann man hier echt nicht rüberspringen, das wäre echt mad. Aber egal, ich mache jetzt erstmal eine Überprüfung hier. Ah, hier kann ich noch anpassen. Okay. Ah. Aha, aha. Ah, wusste doch, hier ist noch Zeug. Okay. Das kann ich ja jetzt nicht bei jedem Stück hier einzeln machen, das dauert ja ewig. Ähm, wo komme ich denn jetzt weiter hier? Okay. Strecke ausprobieren. Okay, schauen wir mal an, was die Strecke kann. Ja. Ja. Schöne Boosts und alles jetzt, ne? Aber das kann ja noch lange passieren, wenn die Strecke da hält ist. Ja, hier auf die Strecke da ist. Jetzt hier hoch. So wollte man vielleicht schon mal wissen. Oh. Ups. 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 Hier. Hier runter. Und du steckst. Hier runter. Hier runter. Hier aber vorgestellt. Das kann man ja auch nicht so schnell gehen. Okay wir müssen dann so... einfach nicht nehmen. Turbo. Ich könnte auch einmal so aaaaaaaaaaah. Okay. Wir müssen auch Turbo hin. Okay. Oh. Vielleicht geht auch nicht so gut. So muss man es weg machen. da vorbei und dann landen die Hände. Dann gehst du raus, in die Poker. Dann bleiben wir im Looping. Auf der Poker raus, in diese Schwierigigkeit. Und dann geht's. Oh, nein. Jetzt steh ich. Geh, den Berg runter. Ja. Ja. Okay. Mit einem anderen Fahrzeug. Why not. Mal den... Gucci Wagen hier rüberjagen. Jetzt fehlen natürlich die Luft hier. Und ich seh auch, wo was fehlt. Soll ich gleich nochmal anpassen. Oh, man kann sogar hier die Lampen nicht machen. Gefährlich, gefährlich. Vielleicht, das passt, wenn ich da auch Lust hab. Ja. Ob ich mal die fertige Strecke als... ...dann ich da bitte so rein. Oder... Ja. Je nachdem ich die Strecke nicht baue, hoffentlich wäre. Mal schauen, wo das fertig ist. Äh! Ja, das ist ein Lübe. Und schwebelow. Oh. Über den Balken musst du hier drüben. Das ist okay. Eieiei. Potential, an sich. Ja, okay, wo ich die irgendwie freie Kamera Wie kommen wir denn hier so, hier vielleicht gerade nochmal ein Thumbnail erstellen? Ich gehe mal da hinten rüber zum Oktopus. Das sieht doch gut aus. So, wie komme ich zurück? Hier. Und dann war hier speichern. Ähm. Und da werde ich sie dann irgendwie weiter bearbeiten. Das habe ich doch hier. So. Und wenn die fertig ist oder falls ich da überhaupt Lust drauf habe, haue ich die dann nochmal in einem extra Video raus. Die und andere Strecken. Naja, das ist der Track Builder, das kann er. Und im nächsten Video checken wir dann hier die Editor. Machen wir hier eine eigene Lackierung fertig. Schau mal kurz rein, was hier so abgeht. Das ist cool. Der ist aber noch cooler, finde ich. Das ist auch crazy. Der hat eine Nase, oder? Ah, ne. Das sah nur so aus. Okay. Der Fast & Furious Wagen interessiert mich schon, ne? Oh man. Das ist genau der Stuff, den ich sammeln würde. Würde ich einen sehen, würde ich ihn mitnehmen draußen. Und da. Ach, guck mal. Ich hab ja noch Zeit. Ich hab nix. Okay, ja. Dann gebe ich erstmal ab. Das nächste Video. Wir sehen uns dann. Maxi. Peace. res Uck da. Vielen Dank.